Ich glaube eine Eins. Eine Zwei! Achso, es geht darum diese... Achso, es geht darum die Zellentüren zu öffnen. Was? Zwei Null Zwei? Hä? No. Wieso bloß einzeln diese Codes offen? Zwei. Da ist eine Null. Du herausfinden musst, was die Anzahlen sind. Da ist es vielleicht ein Null. Eins, zwei. Nein. Eins. Null. Zwei. Achtung, da ist so ein Schreier drin. Wann war das? Da war ein Schreier drin. Ich hab's. Vor der Tür ist auch offen. Hör! Mal ein bisschen was drin. Sehr schön. Das schafft ja ein Grundschüler. Man muss einfach die Ziffern auf den Türen eingehen. Halt! Was ist das mit Halt? Ja und das auch mal so ein Blähviech. Oh, hallo Onkel Doktor! Oh, hallo. Und dieser Zelle in dieser ersten Zelle, die du auch gebastest. Direkt zur Hauptdauer alter. der ersten zähler ist auch noch mal eine zähler also die erste ding fängt mit zwei an hier drin haben wir schon was haben wir hier schönes drinnen ein heilspray und fähigkeitspunkte sehr schön du hast aber eine tür vergessen ja die mag ich mir absicht zugelassen weil da ein ganz großer drin ist was für ein ganz großer wer ist ein normaler ja die garten ihr müsst nicht jede tür aufmachen vor allem ist hier noch eine tür zu ah ne das ist so ein typ der wieder mutiert ok da ist wieder so ein typ drin noch der tür schon biohazard also ich weiß auch nicht deborah bete sei ok die bohrer die munition das schmeckt wo bist du ich würde mal hier lang gehen ich würde mal hier lang gehen gib mir ein zeichen wenn du gehst kikariki kikariki du kannst doch nicht einen armen Typen aufm Klo erschießen doch wann ist denn du? alter ich kann ihn hier spülen nach wem suchen wir? alter was neues alter ich habe so ein medaillant gefunden ich habe das waschbecken abgelassen dem ich am rädchen gedreht habe der guck unser wissenschaftler ist gerne weg hier Funktionierende Spiegel die aber auch mehr oder weniger funktionieren Möchten sie mich noch lange auf die Folter spannen? Verraten sie mir was los ist oder nicht? Werde ich, aber uns läuft die Zeit davon. Leon, haben sie nur... Wenn ich mal nur länger überlebe. Was denn für eine Zeit? Vergattner-Time! Ja, da möchte ich jetzt aber ungern rein, Alter, bin ich ehrlich. Wo willst du ungern rein? Ach, das sieht doch super aus! Was zum Teufel ist jetzt? Drei Tage waren wir noch nicht hier. Alter? 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 Untertitelung bei der ZDF für funk, 2017 Ja, man kennt sich. Nichts umzukehren, Leon. Gehen wir. Ja, okay, sorry. Ah, hier ist... Was ist die Nummer? 201. Mh, mh, mh. Bibi. Ja, jetzt sieht sie halt entpuppt. Ne, ist sie gar nicht. Wie so ein Marienkäfer, ey. Wie so Schmetterling. Hunde sind Hunde. In einem Käfig. Ja, ich weiß. Mhm. Warum musst du nicht so sein? Ob wir da runter sollten, wir glauben nicht. Wo kommt er denn her? Ja. Ja, bist du Hunde. Ist auch wieder alles vom Staat gemacht. Wann? 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 Vaue? Ja. Wann? Ver toxins hauset Shamini? Wann? Du verständlich? Holland, die war's? Wann? Wann ist das nicht? Das war's. wo kommen die ganzen zombies auf einmal her dann kriegst du hier die spawnen hier einfach ich komme hier aus den lüftungsschächten wie so kleine gremlins haben sie denn den spy denn hinter diesem dinge ich war hier nicht hinten schiebung das ist alles richtig geschoben ach mal alle mal weniger trinken während ihres dienstes das tor wir haben definitiv alle zu viel freizeit da ja Lülo. Ich bin's der Rettungsdienst. Aua. Einer Fettsack. Ich hab wohl noch alle Stress. Und Abfahrt. Ich meine das ist unfilf in so ein Zwischenstick, wenn es kommt und man kann nicht eingreifen. Okay man kann diesen Elektrokasten als Waffe benutzen. Sogar gegen den Kasten geschossen. Kann gut sein. Ja er hat mich ganz gut schaden gemacht. Aber diese Zombies immer von hinten kommen sind ernst nervig. Okay. Okay. Ja. Okay. 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 total Okay. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wo ist denn der Schreie halt? Da ist er ja. Ne. Schöner Knecht. Wir müssen rennen. Na los! Jo. Achteregenschaft. Wie. Wie. WIE.